Zuschauer FE schreibt, guten Tag. Ist Ihnen nie aufgefallen, wie bei der Club-Moderatorin, dass rollende R dermassen übertrieben und affektiert verwendet wird, dass es schon wieder natürlich wirkt? Herr Rohrer, also rörende Rothirsch fräsen doch nicht nur rollende Rühreier. Könnte ich jetzt noch mal sagen, dass es Krooset, das Krooset? In der französischen Sprache wirkt das R natürlich und ist für die korrekte Aussprache notwendig. Frau Frutiger, warum verkaufen fröhliche Frauen frische Forelle? Pardon? Aber in unserer deutschen Mundart eher irgendwie aufgesetzt. Als wäre die Person am Gurgeln. Lernen Sie bitte Barbara Lüthi-Dialekt, damit man sie versteht. Danke. Sagt doch eventuell mal Bärendreck. Bärendreck? Bärendreck. 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 Bärendreck.